Blech & Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit diesem Immo-Tipp. Wir befinden uns in Rickenbach bei Winterthur. Hier gibt es eine Projektankündigung. Und mehr zu dieser Projektankündigung weiss Paul Späni von den Impuls Immobilien. Herr Späni, was ist denn da genau geplant? Bei einer Projektankündigung ist es so, wir beabsichtigen auf die Grundstücke, die wir erworben haben, etwas zu realisieren. Das heisst, wir haben eine Spokesuche eingereicht. Das liegt jetzt bei der Gemeinde und dem Kanton vor. Diese befinden darüber, ob das stilgerecht und schlussendlich in die Kernzone passt. Was entsteht da? Es entstehen insgesamt drei Gebäude. Es gibt 3,5 bis 5,5 Zimmer Eigentumswohnungen in einem wunderschönen Umfeld. Hinter uns sehen wir zum Beispiel den alten Ökonomie-Teil, der zugunsten von einem Mehrfamilienhaus abgebrochen wird. Wir liegen hier direkt an einem herzigen Dorfbach. Was kann man noch zu der Lage und der Umgebung von Rickenbach sagen? Ja, die Lage selber ist da jetzt ganz toll. Also wir haben jetzt auch ein paar Schritte davon entfernt die Post-Auto-Haltestelle, die dann Richtung Sulz hoch verkehrt. Das heisst, wir haben dort oben eine Verbindung Richtung Winterthur und Frauenfeld. Sprich, mit dem Auto ist man rund 10 Minuten bis eine Viertelstunde im Stadtzentrum von Winterthur, sowie auch im Frauenfeld. Wir selber haben hier im Dorf tolle Einkaufsmöglichkeiten. Es hat eine grosse Folge mit einer schönen Metzgerei, die weit herum bekannt ist. Der Folge hat 365 Tage im Jahr offen und auch selbst hier in Rickenbach unten hat es auch noch eine kleine Folge, die man wunderbar tägliche Einkäufe bewältigen kann. Für alle Menschen, die natürlich die Natur oder das ländliche Umfeld schätzen, ist das hier ein absoluter Traum. Zum Spazieren, Flanieren, zum Biken. Was auch ganz schön ist, ist, dass wir eine hübsche Badi am Wald haben. Sie haben einen Tennisplatz, also einfach zum Geniessen. Jetzt, wie sieht es mit Schulen in der Umgebung aus? Ja, Schulen und Kindergarten ist da eigentlich auch wenige Meter davon entfernt. Also Kindergarten und Schulen liegen etwa 5 Minuten zu Fuss. Da haben wir eine Primarschule und einen Kindergarten. In Sulz oben, wo man dann schlussendend mit dem Velo unterwegs sein kann, ist man in rund 5-10 Minuten mit dem Velo in der Oberstufe in Sulz. Jetzt haben wir eben die Projektankündigung und Bewilligung des Kantons. Kann man aber gleich schon sagen, wenn der Baubeginn ist? Ja, das muss man mit Vorsicht geniessen, aber wir rechnen damit, dass wir im Sommer genauere Angaben machen können. Also wenn alles gut läuft, denke ich mir, wäre unter Umständen im 21. Baubeginn möglich. Das heisst, melden Sie sich einfach jetzt vorzeitig, dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns auf eine Liste zu kommen. Und wir tun das in der Regel die Leute, die sich vorzeitig melden, dann so handhaben, dass sie eigentlich als erstes eine Dokumentation bekommen. Und dann so die Möglichkeit haben, Ihre Wunschwohnung auszuwählen. Im ländlichen Rickenbach bei Winterthur gibt es eine Projektankündigung. Plant sind im Dorfkern Eigentumswohnungen von 3,5 bis 5,5 Zimmern. Schulen und Kindergarten sowie Einkaufsmöglichkeiten mit Volk, Metzgerei und Hofläden sind in G-Distanz. Nebst dem bietet Rickenbach ein wunderschönes Naeholungsgebiet und tolle Sportstädte, die auf Ihre Hobbys abgestimmt sind. Die Erschliessung ist mit einer nähen Bushaltestelle sowie anschliessend mit S-Bahn-Anbindungen top. Melden Sie sich jetzt und verschaffen Sie sich einen Vorsprung beim Kauf von Ihrem Wohntraum. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lechpartner.ca-immobilientraum. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung. Auf Wiedersehen.